Wir wollen, dass Sie glücklich und in familiärer Atmosphäre Ihren dritten Lebensabschnitt genießen können. Die Einrichtung besticht durch Ihren familiären Charakter mit einem schönen Blick über die Stadt Ida-Oberstein. Die Einrichtung wird privat geführt. Eigentümer und Leitung ist Familie Ritter, die Ihre Arbeit aus dem christlichen Glauben heraus als Ihr Lebenswerk betrachtet. Wir bieten Ihnen professionelle Pflege durch unser motiviertes Fachpersonal in enger Zusammenarbeit mit Ihrem behandelnden Arzt. Wir respektieren, dass Sie weiterhin selbstbestimmt Ihr Leben führen wollen. Deshalb unterstützen wir Sie nur dort, wo der Alltag für Sie zur Belastung geworden ist. Unsere Einrichtung verfügt über behaglich eingerichtete Zimmer. Sie haben auch die Möglichkeit, sich Ihr Zimmer durch eigenes Mobiliar individuell zu gestalten. Qualität ist uns wichtig. Unsere Pflege- und Betreuungsangebote sind individuell auf die Bewohner abgestimmt. Genießen Sie unser behagliches Kaminzimmer. Wählen Sie frei aus unseren Angeboten. Gymnastik, Basteln, Hirnleistungstraining, Handfunktionsgruppe, Spielen oder Malen. Der Medizinische Dienst bewertete uns 2011 mit der Topnote 1,1. Für demenziell erkrankte Bewohner bietet das Haus spezielle, biografieorientierte Betreuungsangebote. Die hauseigene Küche bekocht Sie nach Ihren Wünschen. Bei uns können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Menüs wählen. Haus Schlosspension – ein Stück zu Hause.